Was Privatverkäufer über Immobilienmakler sagen. Ich habe vor einigen Jahren schon eine Marktstudie, die ich hier in meinen Händen halte, erstellt und unter Befragung von 300 Privatverkäufern einige Fragen gestellt und herausgefunden, hey, was denken die denn eigentlich über den Immobilienmarkt? Und dabei sind ein paar ganz spannende Ergebnisse rausgekommen, unter anderem, dass wir natürlich jede Menge Alleinaufträge, also Geschäft gemacht haben, aber das war jetzt gar nicht der erste Hintergedanke, sondern ich wollte einfach erfahren, was steckt hinter dem Image eines Immobilienmaklers aus der Sicht von Privatverkäufern. Und hier will ich dir mal so einfach ein paar Dinge sagen und zwar drei Fragen von sechs will ich einfach das Ergebnis dir mal ja vorlesen und dir einen kleinen Einblick geben, was da passiert ist. Also die erste Frage, die ich damals gestellt habe, haben sie überhaupt schon Erfahrungen mit einem Immobilienmakler gemacht? Weil viele Leute sagen ja, oh, schlechtes Image und die Makler sind alle scheiße und so weiter, aber gearbeitet haben sie noch nie mit einem Immobilienmakler. Also wirklich mal herauszufinden, was steht denn dahinter? Okay, von den 300 haben 213 gesagt, ja, sie haben schon mal mit einem Immobilienmakler zusammengearbeitet. Das war schon auf jeden Fall interessant. Also der größte Teil der Leute hat Erfahrung mit Immobilienmaklern. Dann war die zweite Frage, welche Erfahrungen haben sie mit Immobilienmaklern gemacht? Und da war die Aussage, 59 Prozent, also über 50 Prozent, haben schlechte Erfahrungen mit einem Immobilienmakler gemacht. Was auch immer die Leute dann als schlecht identifiziert haben, wir haben natürlich ein bisschen nachgefragt, erzählen Sie doch mal, was ist denn passiert? Aber 59 Prozent haben schlechte Erfahrungen gesammelt. Dann kam die dritte Frage, nämlich welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht gegen einen Immobilienmakler und da haben 62 Prozent gesagt, der Makler verteuert oder die Maklerin verteuert den Verkauf, also verteuert die Immobilie an sich in der Vermarktung. So, jetzt können wir natürlich lange darüber nachdenken, was bedeutet das am Ende des Tages? Also ergo, erster Punkt ist natürlich, dass Verkäufer erstmal subjektiv urteilt, vollkommen klar. Aber am Ende des Tages ist es nun mal einfach so, dass viele schlechte Erfahrungen mit Immobilienmaklern haben. Was sagt das jetzt über uns oder was für Rückschlüsse kannst du jetzt daraus ziehen? Denn wenn jetzt der Immobilienmakler natürlich extrem gut performt, welchen Grund hätte denn jetzt ein Käufer, ein Mieter, ein Vermieter oder Verkäufer überhaupt schlechte Erfahrungen zu sammeln? Und wo kommen diese ganzen schlechten Erfahrungen überhaupt her? Ja, das ist die große Frage, denn die schlechten Erfahrungen kommen in der Hauptsache natürlich auf der Basis der schlechten Leistungen zustande. Das heißt, der Eindruck beim Verkäufer oder beim Vermieter oder beim Mieter oder beim Käufer ist einfach nicht positiv. Jetzt können wir lange darüber nachdenken, was sind die Hintergründe dabei? Oder wir tun einfach mal so, als wenn wir selber damit gar nichts zu tun haben. Doch jede einzelne Immobilienmaklerin und Immobilienmakler da draußen kann seinen Teil dazu beitragen, dass das Thema ein Ende hat in der Zukunft. Dass das gar nicht erst dazu kommt, dass Leute eben keine schlechten Erfahrungen machen. Denn wenn der Einzelne nur an sich denkt und nicht an die Gruppe, also an die ganze Branche denkt, dann kommt man natürlich am Ende des Tages nicht weiter. Also ganz wichtig, die Qualität der Immobilienmakler in der Erbrigung ihrer Leistung muss deutlich angehoben werden, muss einfach stark verbessert werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Branchenstandards einführen wird aber alles nicht funktionieren, sondern am Ende des Tages muss jeder Einzelne entsprechend sein Bestes geben. In diesem Sinne, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, gute Erkenntnisse vor allen Dingen, aber sorge du an deinem Standort auf jeden Fall dafür, dass du eben nicht einer der Makler bist oder Maklerin bist, über die schlecht geredet wird.